Okay, Abilities. Ähm, Equip. Autoregen? Oh ja. Hide, hide. Oh ja. Und das war's. Sie ist auch eine Magierin anscheinend, also... ...lasse ich hier ihren Zauberzeug auch mal schön dran. Remedy! Ein Allheilmittel. Und ein Kampf. So, dann sehen wir Aiko. Jetzt mal im Kampf. Zeig her, das gute Mädchen. Gegen einen... Was ist das denn? Skrunst. Summon. Ich guck mir mal Fenri an. Scan. Troll. Wow. Ein Wolf. Ein größerer Wolf. Was ist das? Boom, baby! Boom! Faust des Todes. Bums. Chaos macht nicht wirklich viel Schaden. Es könnte daran liegen, dass es Erde vom Element ist. Scan. Was ist denn der Troll so allgemein? Der Troll ist... Level 20. Hat 1400 HP. Und ist ein Eiskerl. Er ist ein toter Kerl. Bums. Counter. Was? Lame. Was? Stirb, Lamey. So. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Eko? Naja. Ja, ich weiß jetzt nicht so wirklich, was ich von ihr halten soll. Momentan. Ich glaub, sie war nicht so interessant eigentlich. Ich geh hier mal hoch. Geh hier lang. Huh? Blue Stone, take it out. Blue Stone erhalten. Musste ich die nicht sammeln, diese Steine für irgendwas? Ich sammle einfach mal die Steine, komm. Da-dum, da-dum, da-dum. Oh, der sieht mir unsympathisch aus. Der sieht mir ziemlich unsympathisch aus. Lily, Heil, Vivi. Mio-Angriff. Was kann die Kleine denn noch? Float, super. Attack. Von, oh. Oh. Ich glaub, Feuer dürfte ganz gut sein gegen dieses Riesenfiech. Feuer. Bam. Yeah, baby. Oh, baby. Ich hab so eine Schwachstelle raus. Und das sollte es gleich doch mal gewesen sein. Entweder Blizzara. Huh, auf, Lily. Oh, das Viech ist ein bisschen... Bisschen heftig. Das war's. Tod durch Flöte. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Weep, weep, weep. Yay. Yay, keine Alters. Supi. Ach, was muss ich denn jetzt... Da ist übrigens ein Oglob. 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 Also hier runter. Ich glaub, ich konnte da einfach rüberspringen. Nein, konnte ich nicht. Quina kann mehr als ich, wie Blamabel. Damn. Okay, hau rein. Statue? Muss ich gegen... Oh, fucking. Was seid ihr? Die Gegner hier sind definitiv unsympathischer als so dem... Gnoll-Attack. Jungs? Bio? Auf beide? Ähm, ja. Bio, zur Erklärung, macht nicht elementaren Schaden. Geht auf einen oder alle Feinde und hat die Chance, diese zu vergiften. Vanish. Vanish erhöht wahrscheinlich die... Ja. Wahrscheinlichkeit, dass Angriffe daneben gehen. Könnte ich mir jetzt so vom Namen auf jeden Fall vorstellen. Vanish. Kämpfe gegen unsichtbare Gegner. Und Vivitron. Super. Das bringt mir jetzt hier sehr viel. Das ist schade. Miss. Ja, das meinte ich. Miss. Und dann taucht er wieder auf. Kriegt eine Flöte. Und den Destroyer ab. So. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Wuhu. Insomniac gelernt. Und weiter. Weiter, 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 weiter. Weiter, weiter, weiter. Los. Ich will auf jeden Fall da noch hoch. Ausrufezeichen. Da noch hoch. Genau. Weil. Diese Unterbrechungen immer. Weil ich da nach links will. Und wieder so ein Riesenviech. Wieder so ein Riesenviech. Ja geil. Okay. White Magic. Cura. Aber Cura ist schon der zweite. Five. Flirt. Was immer. So. Allein mal geheilt. Sehr schön. Und BAM. 300 Schaden. Mehr kann sie nicht. Slow. Nicht auf Vivi. Lilly. Wen juckt es denn bitte? Und wenn du. Ich weiß nicht was auf sie machen würdest. Es ist mir egal. Lilly macht total wenig Schaden. Lilly ist. Gut. Ako ist noch wertloser momentan. Aber das macht nichts. So. Black Magic. Vierer. Und Angriff. Dann sollte die Sache gegessen sein. Das Viech hat um die 4000 HP. Oder auch nicht. Okay. Irgendwas. Irgendwas im Bereich zwischen 3000 und 4000 auf jeden Fall. Die Ochu Card. Ochu. Was auch immer ein Ochu ist. Ich weiß es nicht. So. Schatzruhe für Emero. Habe ich mir auch verdient. Receive Tent. Und. Der rote Stein. Ich kann noch keine anderen Steine einsetzen. Das hätte ich mir nämlich zuerst gedacht. Da sind Oglobs. Oglobs. Oglob. Da geht es nicht hoch. Und Kampf. Ja. Weil ich nochmal erkunden wollte. Anstatt blind drauf loszustürmen. Wollte ich erkunden. Und ich werde belohnt mit einem Kampf. Gegen zwei Trolle. Hm. Dieser Kampf könnte schon interessanter werden. Sei denn. Man nutzt totalen Schadens Output. Mit Ramu. Solution. Mit Fenrir. Konter. Oh. 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 Das war ein Fehler. Emero hat jetzt den Berserker nämlich drin. Das heißt. Emeros. Oh. Das war es. Ja. Da kommt jetzt noch ein Fenrir. Und das ist vorbei. Spear. Emero hat wie gesagt den Berserker drin. Das heißt. Emeros Nahkampfangriffe werden deutlich stärker. Aber er kann halt nur noch angreifen. Und er greift blind irgendwelche Feinde an. Oh. Perfekt. Ako kriegt ein Level ab. Und hoch. Und hoch. Ich hab einen roten Stein. Ich hab einen blauen Stein. Verlaub. Siltzkin. Magic Tag. Was ist ein Magic Tag? Schauen wir nach. Item. Dup, 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 dup. Müsste ganz unten sein. Noch tiefer. Noch tiefer. Noch tiefer. Noch tiefer. Noch tiefer. Magic Tag. Ich will nicht mit Stiltkin reden, ich will mit Susuna reden. Gib Susuna einen Brief. Es ist nun sechs Monate her, seit ich in Kon-Petit lebe. Das einzige Finger, an das ich mich nicht gewöhnen kann, ist Wally-Ho. Ich sag immer Wally-Kupo. Mognet? Okay, du hast keinen Brief für mich. Wir nutzen ein Zelt. Jawohl. Ich meine, ich hab ja gerade auch eins von Stiltkin, glaube ich, sogar wieder bekommen. Von daher kann ich das Problem uns machen. Und dann... Ach, geh nicht und speichere. Let's save, Kubo. Ich speichere an einer Weggabelung. Und bei meinem Glück ist das wieder so eine... Wie damals bei Giza-Maluke. So eine, gehe links und du stirbst. Gehe rechts und du überlebst. Naja, gehen wir links. Gehen wir hoch. Gehen wir hier rum. Okay, das war der richtige Weg. Was ist das? Das ist... Ist das nicht Clay-War? Oder sowas in der Art wie Clay-War? Auch ein Baum? Okay. Ist das das... Oh, das ist das Heiligtum. Okay, ich will zurück. Ich hoffe, dass ich in diesem Raum zumindest... Ja, ich nenn's mal sicher bin. Nein, bin ich nicht. Natürlich nicht. Untertitelung im Auftrag des WDR. Bis zum nächsten Mal.